Wir sind hier im Freibad Legerdorf, freuen uns als Region in Soho mit zehn Gemeinden hier zu feiern. Stellvertretend dafür stehen heute wir, Dietmar Gördel aus St. Jakobi und Thomas Johannsen aus Legerdorf. Wir freuen uns hier mit vielen Kindern, Familien, Erwachsenen Taufe feiern zu können und zu feiern. Dass Gott einem das Du anbietet, dass wir Gottes Kinder werden dürfen durch die Taufe. Und dafür ist eben halt dieser Ort mitten im Leben genau das Richtige. Weil in diesem Freibad haben wir schon mal Taufen durchgeführt, aber jetzt kommt ein ganz großes Taubfest, da freuen wir uns riesig drüber. Ich bin Peter Böge vom Förderverein Freibad Legerdorf. Seit 17 Jahren betreiben wir hier als Förderverein mit der Gemeinde Legerdorf zusammen dieses Freibad. Wir erwarten natürlich zehn bis 20 Familien, die hier ankommen und gern sponsern wir für die Familien für dieses Jahr eine Saisonkarte, Familienkarte für die Familien, die sich hier taufen lassen. Ja, hallo, ich bin Sarah und ich möchte meine Kinder bei dem großen Taufest taufen lassen. Das einmal ist Jesse hier, der wird dann ein Jahr alt den Tag danach und dann noch sein großer Bruder, der ist vier, der heißt Johannes. Ja, und wir sind schon ganz gespannt auf das Fest. Und Termin ist der 24. Juni, ein Samstag um 15 Uhr. Und alle, die auch noch kurz entschlossen gerne mit dabei sein wollen, dürfen sich gerne bei den jeweiligen Kirchenbüros der Region Itzehoe melden. Wir freuen uns auf euch. Genau. Wir freuen uns auf euch.